Bum 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 Guck mal was ich jetzt kann Wooooo Okay wir geh'n jetzt mal hier hoch Zu Kappenblen Ok wie ging der Spruch doch gleich Sind wir bereit das nochmal zu versuchen und uns der Bohrfabrik zu nähern? Auiiee Oh zur Bohrfabrik Yeah Yeah Kapitel 11. Drill-Große Plattform. Drill-Große Plattform. Na. Schade, dass er nicht so richtig cool leuchtet. Das machen wir noch, hm? Wow, das ist eine imposante Bohrvermöhe. Sieh dir nur an, wie groß das hier ist. All diese Geräte und drehenden Dinger. Stell dir nur vor, wie viel Arbeit der Bau gemacht hat. Ich bin beeindruckend. Ich meine, du musst es trotzdem zerstören, aber trotzdem... Sehr beeindruckend. Erinnert mich an... ...mich. Buh! Haha, du Schnösel! Da ist ein hässlicher Hässlon. Junge, bin ich froh, dich zu sehen. Wir Molken werden von diesen fränklichen Hura gefrungen, hier zu arbeiten. Und das Schlimmste daran ist, dass er wegen... Oh nein! Komm, mein Schatz. Wir gehen und knabbern nicht an den Fingernägeln rum. Doch, das mach eine Bitch. Oh nein, wir kommen nicht mehr weiter. Ja, wir müssen auch wenn zu das Pläne suchen. Tut mir leid. Wir müssen jetzt leider aufhören. Kamehameha. Ah, ich kann jetzt... Jaa... Heinz 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 Süß Du hast 69 Ah ok Hier brauchen wir leider ein Giant Bam! Tadam! Ohh muss Crusher leider wieder hin Nein zum Glück Süß Krastauber Schön, dass ich angegriffen werde von so einem Wichsen. Und wieder wechseln! Martin heute! Will er wieder Dings mit uns spielen? Ich hab dich an Bord dieser Vorflacht vor mir schlichen, um von diesen Molkenflaschen das Geld zu gewinnen, aber du wirst auch! Muss er, oder? Nein, muss nicht, aber guck mal! Ich freu mich doch auf dich zu schlagen! Da haben wir mich nicht schlagen! Oh, hast du große Töten! Das war nur ein Wiss! Das war Kleine! Aua, sie ist nie zufrieden! Also, jetzt ist ein unmenschlicher Schild! Den wir uns jetzt holen werden, holen werden! Jetzt ist das mein unmenschlicher Schild! Haha, süß! Was? Ich kann das gleich? Wow! Das hat's gebracht! Ist leider nur Feuer, das nach oben bringt nichts! Ich setze den mal mittig! Fuck! Deine Schuld, ne? Fuck! Hm! Ja, das war's für uns! Nein, ich will nicht, dass er zerbricht! Ich will jetzt viel zufrieden! Ich wusste, dass er zum Schluss so einen Erdvogel hat! Was? Er sagt, ich hab verjucht! Ja, weil ich war auch schlecht! Nein! Doch! Richtig schlecht! Du warst schlecht! Ja! Was macht er jetzt? Die gleiche Taktik wie eben? Ne! Ich weiß nicht, ich hab ja nichts mit viel Zeit noch, das ist voll doof! Aber du hast eben, ah ne, kannst du auch nicht setzen, wegen 3 unten, scheiße! Wir setzen einfach mal den da hin, passiert eh nichts, oder? Ah, schon besser! Wir machen das so! Ist das mein Jahr? Wir haben gewonnen! Ich hab Quickler gewonnen! Ich sag gar nichts mehr dazu! Sehr gut! Du hast mich geschlagen, Landrat. Dass ich das noch erleben muss! Arrrr! 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 Ach sie! Danke, wie ich weiß, dass wir toll sind! Was ist das denn? Hallo! Mach ihn halt tot! er vorher nicht tot dann geh weg da ist ein himmelserflüge doch nicht fand er so toll dass es für uns aufgemacht hat ja er hat geklatscht kommt ja ich wollte nicht platt gemacht jetzt geht das ding sicher hoch das musst du auch mit also ich muss da durch und drum oh gott oh gott was denn ich sag nur gott oh gott das klingt alles viel dramatischer oh gott 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 also das level ab sehr gut aber da hinten ist ein seelenstein das habe ich gesehen da muss irgendwo knopf sein oh gott oh gott ja gut dann gehen wir mal zurück da bleibt uns ja nichts über ist das nicht noch da ist das blaue hier nein sicher ja flammenbrauer heisi erinnert ein bisschen an death 2 ja ist ein pyro das hat obwohl ich feuer bin Bestellt immer bei Zalando. ZALANDO! Ist da was in der Ecke? Nein. Komm noch nicht durch. Ahhhh. Halt dich, komm mal, ich gefeuern! Nee. Tschüss. Gerade noch so. Und runter! Und warten. Wer will fleißige Handwerker sehen, der muss hier bei Skylinders zugucken. Wir brauchen einen Pflanzen-Skylinder. Da haben wir eigentlich nur, äh... Das ist da. Ja, mach meinen weg. Da haben wir nur Steu-Schei-Wuch. Dahinten hätten wir Tree-Rex, aber... Ja, und Baum. Baum. HASSI! HASSI, seh die da ein. Joooo! Du vertraust ihm sogar noch darunter. Uahhhh. So, wir müssen aber hier hoch. Wo zuerst denn? Warum können wir nicht einfach da rüber, das Geschenk holen? Ja, und dann, dann gibst du bestimmt noch ein paar andere Wege halt, ne? Gucken wir gleich mal nach. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie cool. Der musst du aufsetzen, weißt du. Nein, der sieht hässlich aus in meinem Hund. Da hinten ist ganz viel Geld, Hase. Habe mir runtergefallen. Komm. Ich seh nichts. Oh! Da war ja Geld. Ja, hab ich doch gesagt. Wieso nimmst du es dir da nicht? Hä, wieso? Weil ich hab neunhund irgendwas und du brauchst auch mal ein bisschen, ne? Schneller! Bo! Nee, so, uuuu! Party. EZE Partypiepie. Wir gehen mal auf die Plattform. Ach, da waren wir noch gar nicht. Und jetzt, und jetzt, und jetzt, und jetzt, und was ist jetzt das? Ey, dreht's einfach nur andersrum, oder was? Ja, sieht so aus. Wundervoll. Wieder hin! Schneller! Jetzt viel wieder andersrum. Oh, das ist so eine coole Plattform. Also jetzt hat's vollgebracht. Ja. Das war richtig awesome. Awesome war das. Es war also awesome am Gonderdai. Hm, süß. Ja, wir haben immer noch nicht die Scheiße. Oh mein Gott, man hat jetzt Sturm auf dich. Was ist denn? Jetzt sind wir wieder mehrere Wege. Wollen wir mit nem Giant da erstmal, oder waren wir da hoch? Ich glaub der hoch, oder der ist doch das Dings, oder nicht? Ich weiß nicht. Soll ich kurz gucken? Ah! Hm. Ja. Ja. Aber wir sehen's noch nicht so richtig. Ich glaub da geht's weiter. Wo? Da, wenn wir da lang gehen. Ja, warte. Hey, du hast jetzt fast genauso viel Geld wie ich. Ja, aber nur fast. Wo ist das jetzt hin? Hier, hier runter. Hier? Ja. Super. Giant! Süß. Es ist Kurschauer. Kurschauer. Los, reiß' ihn raus. Oh mein Gott, deine Schatzkiste. Wechsel! Na. Ich muss wahrscheinlich den weiter machen. Alter, hab's kaputt gemacht. Merk's schon. So, jetzt. Hallo! Hallo! Nein, ja. Leute! Ja, ich muss wahrscheinlich ein bisschen sagen. Ja. Но, nein. Ey, du bist jetzt hier nicht reinfallen. Na, nein. Ich dachte, da ist jetzt noch so ein Secret. Tschüss. Oh Gott. Wer will fleißig die Bohrinsel abbunden? Yeah, danke, Hase. Oh nein. Oh Gott. Aua, ich werde überbrannt. Aua. Ja, renn halt weg. Ich bin ja gleich tot. Oh Gott. Eisloch, Eisloch. Du bist da hoch. Ja. Glück gehabt. Ist da noch was? Ja. Da ist Feuer. Ich mag Feuer. So. Und da ist wieder so ein Typ, der labert. Ich brauche Essen. Was denn? Du hast das Essen aufgegessen. Was für ein Essen? Da war Kuchen vielleicht. Habe ich nicht gesehen. Passt besser auf. Willst du Erdskalender nehmen? Ja. Und wenn? Weiß ich was für ein Erdskalender. Ist er nicht tot? Geblendet durch das Licht. Oh, habe ich ihn neulich genommen? Ich weiß nicht. Habe ich mich die ganze Zeit gefragt? Was haben wir denn da? Hallo. Hallo. Ich lebe bei dich. Ich auch. Und sagst kein weiter. Boah, Hasi macht volle coolen Tricks. Ja. Das schafft Wege aus. Könntest du das hier auch kaputt machen? Oh, Hasi ist cool. Ja, jetzt sammelt du hier einfach Sachen auf. Jep. Okay, erlaube ich dir. Danke. Wer will fleißige Hasi sehen, der muss auf U-Porn gehen. Anstatt es gleich sofort zu regenerieren. Und nein, nicht U-Porn. Aber da sieht man dich doch immer. Total. 24 Stunden Lifestream. Hm. Da unten die Kasse kaputt machen. Ich weiß. Bitte. Danke und hier waltet er. Ja. Das war nicht so viel wie du. Aber danke. Du hast trotzdem 1600. Ich habe 8 Euro. Ja, danke. Nein, die Fresse. Danke. Da hätten wir uns der Schlüssel. Den müssen wir haben. Das war's. Da ist der Freund. Du steigst auf. Halt, die kommen ja. Wir werden für immer und ewig getrennt. Ich muss wieder warten. Ich glaube, das war voll dumm, dass wir hier lang gehen. Ja, weil wir hätten einfach, ne? Kennste? 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 Hätte? Hätte Fahrradkette. So. Hier rum. Nein. Ja. Ich habe es repariert. Super. Schneller. Du, du, du. Komm mal. Komm mal. Wuhu. Aua. Aua, Hase. Hä? Ich bin nicht aufgekommen. Ha. Ha. Aua. 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 Falsches geht. Geht nicht. Kann ich so weit. Ja, sie ist so weit. Tschüssi. Geht weg. Geht weg. War jetzt dahin oder ein Dreieck? Jaaa, der Hut! Ach du Scheiße. Ich würde ihn aufsetzen! Plus 15 kritischer Treffer dann! Ich seh so geil aus. Sieh so aus wie einer von den... Ninja Turtles. Findest du? Nein! Ah! Klug. Jetzt schnell! Oh, ich bin ein Rennauto. Merke schon. Stockchen! Stöckchen! Check Happy wird fast runtergefallen. Stöckchen! Ich bin Gonzo. Ja, ja. Sitz! Hase! Ja, hajo! Das müssen wir im Spiel mal Gonzo nennen. Ja, das stimmt. Hajo! 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 Scheiße! Scheiße! Das leckt. So, wir müssen mal eben die Aufnahme cutten. Bis zum nächsten Mal wieder bei 21 Minuten, also wieder 2 parts gewesen. Bis zum nächsten. Tschüss! Tschüss! Tschüss. Tschüss!